Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von FCMotoTV. Heute geht es um Supersport-Handschuhe. Ich würde sagen, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe anhand dieses sehr sportlichen Handschuhs von Alpinestars, das ist dieser GP Pro, vor euch ein paar wichtige Sachen zu erklären. Ich lege einfach mal los. Erstmal Materialbeschaffenheit. Es ist ein Rindleder, Ziegelleder. Auf der Innenhand komplett Känguruleder. Wegen der deutlich größeren Reißfestigkeit von Känguruleder. Dann ist der Handschuh auf der Innenseite nochmal zusätzlich armiert, was den Verschleiß der normalen Griffposition angeht. Aber als allerwichtigstes eine Protektion in der Ballenregion, die mit einer Polymerhinterschäumung auch eine doppelte Schlagdämpfung garantiert. Das wiederholt sich auch im Daumenbereich, Daumenwurzel, als auch im Fingerbereich. Das sind also dann Materialien, die stark Belastungsspitzen reduzieren. Zusätzlich im Handballenbereich habt ihr noch so einen glatten Kunststoffeinsatz, der einfach dafür sorgt, dass wenn es zu einem Stürzen kommt, ihr versucht, euren Kopf oder euren Körper zu schützen, dass es da nicht zu einem stumpfen Verkrallen kommt, sondern dass ihr darüber wegrutscht. Jetzt sind wir schon bei der Außenhand. Ihr seht, dass das Modell, ich habe extra den schwarz-weißen rausgesucht, weil man da durch die unterschiedliche Farbgebung auch die Protektion etwas besser sieht. Knöchelschutz sehr massiv, denn das ist ja nun der zweithäufigste Kontakt, dass die Hand da aufschlägt. Aber genauso gut Knöchelschutz, was die Finger angeht, im Oberteilbereich. Auch da glattes Material, dass es nicht zu einem Verkrallen kommt. Ihr rutscht also weiter und verhindert damit diese Spitzen. Und ihr seht zusätzlich noch eine Perforation auf der Außenhand mit Entlüftungsschlitzen, das also bei Fahrtwind verbrauchte Luft über das Venturi-Prinzip abtransportiert wird. Das müsste man ausprobieren. Ich sage, die aktive Belüftung über diese Perforation, die sich im Übrigen auch auf den Fingern befindet und im Übrigen auch auf der Handinnenseite befindet. Das sind einfach Dinge, die den Handschuh ein bisschen tragbarer und damit auch komfortabler machen. Wenn ihr auf der letzten Rille pfeift, ist euch vollkommen egal, ob der jetzt belüftet ist oder nicht, dann werdet ihr auch bei einem stark belüfteten Handschuh schwitzen. Aber unterm Strich dann, weiß ich noch, am Ende eines Tages insgesamt sich besser zu fühlen und die Hand ist nicht so ermüdet, das ist einfach ein Vorteil. Vielleicht kurz, da habe ich auch schon mal was in der vergangenen Sendung gesagt, dass die Nähte hier außen liegen, ist kein preiswertes Verarbeitungsschema, sondern das ist einfach mit dem Effekt gemacht worden, dass wenn die Handnaht innen liegen würde, die Fingernaht, dann nimmt die auch Platz weg. Das heißt, eine außenliegende Naht ist definitiv platzsparend. Sprich, ein Finger, der hier reinschlüpft, wird diese außenliegende Naht nicht spüren, während eine innenliegende Naht gespürt werden könnte. Müsste ausprobieren, ist natürlich auch von Hand zu Hand unterschiedlich, schlanke Hand, kräftige Hand und so weiter. Wichtig vielleicht bei so einem Handschuh, der dann auch extrem benutzt wird, es ist eine Dehnfalte auf der Außenhand eingeführt, damit auch dieser steife Knöchelschutz hier nicht zu stark drückt. Das heißt, das ist circa eine Bewegfalte, Beweggröße von 10 mm, 12 mm, nicht uninteressant. Und der Handschuh hat von der Protektion her eine Handgelenksprotektion, denn diese Stulpengeschichte hier ist auch mit einem ganz, ganz massiven Protektor hinterlegt. Das heißt, wenn es jetzt eng geschlossen wird zur Kombi, habt ihr hier nochmal einen sehr, sehr massiven Handgelenkschutz, nicht uninteressant. Und vielleicht bei dem Handschuh oder auch bei einem Sporthandschuh sozusagen, der hat hier eine sogenannte Fingerbrücke. Hört sich jetzt makaber an, aber tatsächlich die Jungs MotoGP oder auch anderen Sportserien, die haben halt, wenn sie so einen Low Sider haben, rutschen über die Gasseite weg, dann halten die das Gas fest, damit das Motorrad nicht ausgeht. Damit der kleine Finger bei so einer abrupten Belastung nicht nach hinten überdehnt wird oder auch mal abgerissen werden könnte, wird der mit einem massiven Lederband mit dem Ringfinger verbunden, dass das also eine viel stabilere Einheit ergibt. Ihr merkt, da ist halt sehr, sehr viel Aufwand getrieben. Der Aufwand bei einem Rennsport-Handschuh muss natürlich, was die Protektion angeht, sehr, sehr groß sein. Das Wichtigste ist allerdings die Passform, denn was habt ihr von so einem massiven Handschuh, wenn ihr euch nicht vernünftig an der Hand sitzt? Ganz kurz, es könnte ein minimaler Kontakt an der Fingerspitze stattfinden, wenn ihr reinschlüpft, denn der Handschuh ist leicht vorgekröpft. Der wird einfacher von der Bewegung, wenn es in diese Griffposition kommt. Das ist sogar anstrengend, eine gestreckte Hand zu machen. Diese weitere Formen wird durch diese Akkordeon-Dehneinsätze noch ein bisschen erleichtert. Die sind auch komplett aus Leder. Das heißt, die Griffposition ist etwas einfacher. Über die Dehnfalt habe ich eben schon was gesagt. Und hier vorne hat der auch nochmal hier schwarz abgesetzt diesen Akkordeon-Einsatz. Also das ist wichtig. Das Zweite ist wichtig, dass ein Handschuh im Handgelenksbereich immer sehr, sehr eng und fest sitzt. Das heißt, ihr schließt den Handgelenksklettverschluss und riegelt den nochmal zusätzlich mit dieser Ablappung ab, damit beim Unfall der Klettverschluss nicht aufgerissen wird. Insgesamt sollte der Handschuh euch aber eine immer noch bequeme Passform bieten. Wer Stress bekommt, dass er sagt, nach einer halben Stunde fahren wir schlafen die Finger ein, hat in der Regel einen zu kleinen Handschuh an der Hand. Das ist schlecht. Und ihr solltet allerdings auch einem Handschuh, der vielleicht zu Beginn, wenn ihr ganz frisch gekauft habt, ein bisschen Zeit geben. Denn Leder ist wie immer ein lebendiges Material. Das wird noch etwas arbeiten, flexibler werden und damit auch bequemer. Vielleicht noch einen kleinen Tipp zum Pflegehinweis oder als Pflegehinweis insgesamt. Gerade wenn einer Supersport fährt, kann ich mir vorstellen, an einem schönen Sommerabend, der Handschuh ist dann auch irgendwo, weil er nun doch relativ stark im Wind ist, Mücken übersät. Ihr könnt die Erstreinigung mit einem feuchten Tuch durchführen, überhaupt kein Problem. Wenn Reste dran sind, die ihr mit einem feuchten Tuch nicht mehr bekommt, im schlimmsten Fall könnt ihr auch mit so einem Handschuh komplett in eine warme Lauge tauchen, seifiges warmes Wasser mit einem weichen Schwamm reinigen. Dann hat der Handschuh natürlich Nässe gezogen. Dann darf er maximal an der warmen, bewegten Luft getrocknet werden. Ihr könnt ihn ja mal ausstopfen mit Zeitungspapier. Auf keinen Fall in Heizkörpernähe, auf keinen Fall im Sonnenlicht und auch nicht an einer anderen warmen Wärmequelle. Also maximal bewegte Luft. Das ist eigentlich alles, was ich euch sagen kann. Ich habe nichts weiteres, als euch zu bitten, uns reichlich zu abonnieren. Ich freue mich natürlich wie immer über Daumen hoch. Nicht zuletzt ich vor allen Dingen persönlich über zahlreiche Kommentare. Ansonsten habt ihr alle wichtigen Links, die ihr zu dieser Folge braucht, in der Beschreibung unter unserem Video. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Haltet die Ohren steif. Adios.